So, und hier, ich weiß gar nicht, ob ich die schon mal vorgestellt habe, die fünf Kids von der Bintou. Alle so ein bisschen schissisch. Also jetzt mittlerweile schon ganz erheblich aufgetaut. Aber alle noch nicht. Ja, er ist total easy. Ja, drei Jungs, zwei Mädchen. Mädchen, Mädchen, Mädchen. Sie ist auch schon richtig cool geworden. Und die drei sind noch so ein bisschen huschi. Junge, Junge, Mädchen. Also die bleiben defensiv, aber versuchen sich zu entziehen. Na, putzi putz. Putzi 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 putzi. Gut. Na, gut, gut. Na. Und da. Na. Na. Stubi tubi 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 tudo. Tup, 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 tut, tup, tutz, tudl, tup, tup, tudl, do. Tup, tub, tudl, tup, goodzi putzi do. Ja. Denkt mir, das geht schon, na. Ach ne, ich war ein bisschen neugierig.